wirklich im Landesinneren die werden automatisch generiert diesen absolut zufällig aber mit irgendeiner Gewichtung ich glaube, hier waren wir schonmal ja das ist wieder die eine die Ich habe gerade auf ihn reingezoomt, das ist immer das Beste, der tödliche Blick. Was geht von ihm, sämtliche Ausrüstung? Was geht von ihm, sämtliche Ausrüstung? Hostile down! Scratch one! Hm? So, aber ist jetzt jedes Mal ein Fehler. Okay. Oh, Alter. Okay. 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 Okay, jetzt kommt er auf. Okay. da wäre ich fast mit draufgegangen ich hoffe das weißt du da hinten sind auf der anderen seite der brücke sind glaube ich gegner die brücke ist kaputt oder was war das na explosion ok doch jetzt ja eben könnte eine denkbar schlechte idee sein wenn wir pech haben ist da die höchste gegner konzentration auf der insel oder wir warten einfach hier um bei dem haus da vorne weil irgendwie müssen sie ja dann über diese landdenken rüber was ist das ja aber mit was er letzteres klang her ich weiß nicht ob ich genau hier welche hingesetzt habe rechts hinten beim hafen habe ich auf jeden fall welche platziert die hier sind sicher schon abgesoffen warten wir ein bisschen hier oder ich nicht nicht wenn ich über die steine fliege die der unterschied zwischen einem normalen fps und arme ist der dass ich wahrscheinlich von dieser brücke runter fallen könnte nehmen wir das auto hier das ist so eine anti-kai brücke an ja ich finde ich meine karte haben TV Irgendwo sind diese Kilderstattern Ach, scheiß Baum BAM! 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 Ich nehme mich lieber hinter die Steine. BAM! 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 Schieing Seid ihr burnt was. Ah, da solltest du ins Deckung spielen. Ah, da steht einer! Jetzt solltest du dich hinlegen. Du hast Angst, dich umzudrehen, oder? Ich hab's gemerkt. Ich hab Leute ausgeladen. Okay, kannst runter rennen. Ja, ich komme. Ich bin hinter dir. Wir gehen zum Hafen und dort bleiben wir. Und wir können nur von drei Seiten angegriffen werden. Ich mein' das ganz kleine Ampyr. Wollen wir schwimmen? Äh, da vorne in der Kurve. Oh, jetzt kann ich's sehen. Wir sind so weit nicht mehr zu sehen. Also theoretisch könnten wir durch Kriechen permanent aus deren Sichtfeld verschwinden. Äh, siehst du da diesen... Ja, da hinterm Stein! Links, 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 links! Links. Also da sind die Späne auf dem Weg. Links, links. Ja. 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 Also, wenn ihr uns gesehen habt, tauchen ja gleich ganz viele auf. Kriegst du auch gerade langsam? Ey, diese Wasserpflanzen hier sehen eigentlich cool aus, wenn die so ins Wasser reingehen. Ja, aber das sieht alles scheiße aus. Lieber nicht. Man hört wieder nur, wie ich alleine rede. Nein, sowas mache ich nicht. Und der Typ sitzt immer noch da hinter dem Stein. Hinter diesen Stein hier einfach. Einen habe ich erwischt, schon zwei. Links? Da links klickt auch noch einer, den habe ich auch gerade erschossen. Haben wir beide eigentlich eine Karte? Ist das einer von den Raketen? Der eine hatte eine Dragunov. Klingt an einem Plan. Wir haben fast gerade eine Granate geschossen. Nein, ich glaube, es geht hier. Ich bin unter Feuer. Ah, ich bin unter Feuer. Schampe! Schampe! Enst du Schampe! Stop, die ist gefährlich! Ich habe sie gebogen. Ich bin unter Feuer. Ich fliege dich gleich auf. Du nix! Enemy Missile Soldier, 8 o'clock, 15 Meter. Wo liegst du? Ich fliege! Ich brauche Hilfe! Was in der Hütte auf dem Steg? Da komme ich natürlich irgendwie nicht dran. Okay, hat sie erledigt. Was in Dreck? User entered your channel.